Liebe Freunde! Das neue Feuerwehrauto wurde endlich geliefert. Jetzt freue ich mich schon auf die Einweihung. Ich bin Flora und erzähl euch die Geschichte. Im Protokollbuch der Feuerwehr Lutzmannsburg steht. Am 8. Juli 1989 wurde die Feuerwehr Lutzmannsburg an die Sirenensteuerung angeschlossen. Es wurden sämtliche Kabel und Anschlüsse montiert. Außerdem wurden die Männer der Feuerwehr vom neu eingetretenen Feuerwehrarzt Dr. Dulé kostenlos gegen Tetanus geimpft. Damit hat die Feuerwehr Lutzmannsburg, zum ersten Mal in ihrer 100-jährigen Geschichte, einen eigenen Feuerwehrarzt. Dr. Samir Dulé, Kreis- und Gemeindearzt in Lutzmannsburg. Am 9. Juli 1989 wurde das neue Rüstlüschfahrzeug anlässlich der Weinkost einem größeren Publikum vorgeführt. Am 13. Juli erhielt die Feuerwehr vom Landesfeuerwehrkommando eine Ölsperre. Ein Test in der Rabnitz wurde noch am gleichen Tag durchgeführt. Am 20. Juli 1989 hatte die Feuerwehr eine traurige Pflicht zu erfüllen. Es galt Kamerad Löschmeister Franz Weber, der im 55. Lebensjahr plötzlich und unerwartet verstorben war, die letzte Ehre zu erweisen und ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Kamerad Franz Weber wird uns immer als pflichtbewusster, beherzter Feuerwehrkamerad, vor allem aber als guter Mensch in Erinnerung bleiben. Die Sitzung vom 30. Juli 1989 stand völlig im Zeichen der Vorbereitungen für die 100-Jahr-Feier. Die Renovierung des Feuerwehrhauses und der alten Punkten wurden in Angriff genommen. Die Druckvorlagen für die Festschrift zur Übergabe an die Druckerei wurden vorbereitet. Ein Wolkenbruch in den Mittagsstunden des 31. Juli 1989 verstopfte wieder einmal den Kanalschacht beim Arzthaus, sodass dieser von der Feuerwehr ausgepumpt werden musste. Außerdem wurde der gänzlich überflutete Keller der Reiker Lutzmannsburg ausgepumpt. Am 19. und 20. August 1989 gab es schwere Regenfälle in Lutzmannsburg. Die Einsätze der Feuerwehr begannen vor Mitternacht und endeten erst lange danach. An diesen zwei Tagen wurde die Feuerwehr gleich zweimal zu ihrer Dauereinsatzstelle beim Arzthaus und mehrmals in die Hofstadt gerufen. Am 21. August 1989 fand eine kurzfristig angesetzte Sitzung statt, da die Firma Rosenbauer einen gebrauchten VW-Bussynchro zum Verkauf anbot. Kostenpunkt 205.000 Schilling. Nach langen Diskussionen endete die Abstimmung mit 11 pro gegen 10 Kontrastimmen, sodass ein Ankauf nicht durchgeführt wurde, obwohl laut Kassier Löschmeister Schatowitsch die Finanzierung gesichert gewesen wäre. Bis zum nächsten Mal. Eure Flora Schatowitsch 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 Vielen Dank.